Und da sind wir wieder, wir spielen Bombe, mit dabei sind wieder die 3 von der Tankstelle. Dann wollen wir mal. Oh, Geizsharte. Hast du meine Kippe? Nee. Blöds. So, ich spiele den Bug, Lion spielt den Blackbeard, was macht Mr. Jason? Ich warte nur auf welchen er als erstes spielt. Er kann sie nicht entscheiden, glaube ich. Die neuen kann er nämlich nicht spielen. Nee, 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 ist klar, ist klar. Nur die aus der ersten Season. Ja, der ist nicht schlecht, ne? Der kann manchmal Leute aus einer Ecke rausbrennen. Der ist richtig gut. Ich mag seine Waffe auch. Und der hat zwei Zigarren dabei. Ja, das ist wichtig. Ich habe ihn nie rauchen gesehen. Durchgehend. Der hat auch in seiner Lunge durchgehend, weißt du so, wie ich's will. Der atmet ihn gar nicht rauch. Äh, rauch. Der atmet ihn gar nicht rauch. Fein in Deutsch, ja. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ach, das ging schnell. Äh, dann ist der andere im Basement. Einer ist in den Keller gelaufen. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Nein. Ich hab echt geschafft. Zehn Sekunden. Guck mal, wo ich bin. Fünf Sekunden ist gemeinsam. So, dann wollen wir mal, ne? Bombe und entschärfen Sie halt nach anderen Ausschau. Gut, alles klar. Dann weißt du ja schon mal, wohin. Also, ich steh direkt vor B, ne? Der grad ne Flash... Oh. Bei mir oben machen die auf. Den oben hab ich erstmal blend reing... Da ist einer rausgekommen. Den hab ich weggemacht. Ich bin einfach instant tot gewesen. Sorry. Schneller konnte ich nicht. Hä, wie hat der mich denn instant... Alter. Wie hat denn der dich gemacht? Von wo? Ach, da. Habe ich auch gemacht. Läuft ein bisschen bei mir. Mann, ist das ärgerlich. Ich glaub, ich hab' ne Drohne unten. Bei A. Eigentlich könnt ihr auf A planten. Ja. Beziehungsweise defusen. Wir hängen hier... Warte mal. Ich geh... Bei A ist unten, ne? Aber dafür brauchen wir den Typen mit dem defuser. Ja. Und da ist einer. Einer ist da. Unser Typ ist... Ist... Wo ist denn unser Typ hin? Der ist unten. Ich... Ich geh jetzt rein bei B. Nice. Jawohl, Junge. Einer ist... Der ist... Irgendwo... Äh... Ja, die ist der ist, mein ich. Hab ich gerade geflasht? Äh, nicht so hier. Ander ist der ist auch. Letzter ist markiert. Schäfer ist platziert. Ich markiere durchgehend. Ich markiere durchgehend. Er ist unten. Bei mir? Er ist unten. Er ist unten. Nein, nein, nein. Pass auf. Ich markiere doch. Er rennt hoch. Treppe bei euch. Jawohl, Junge. So läuft das hier. So macht man das. Er hat sich unten umgeschaut, ob der defuse da liegt. Ace, Ace, Baby. Mein erstes Ace. Ach, du hast Ace. Ja, Mann, der schlechteste Rainbow Six-Spieler hat dir erst mal ein Ace aus. Ach, was? Digga, was los, Junge? So. So. Das muss man sich ja mal gönnen. Ja, wie Klicks ausgedrückt, Junge. Ich wette um 100 Euro, dass Justin Vikery genommen hat. Hat er. Ja. Tatsächlich. Äh, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Komm, scheiß drauf. Mira? Mira, plan. Was hat die alles drauf? Die kann, ne, ne, äh, die kann in so eine, 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 uh, undurchdringbare Wand. Da kann die ein Fenster reinmachen. Ah, stimmt. Da kann die Fenster reinmachen. Und die kann das Fenster auch wieder aufmachen, wenn sie nichts. Nein, das kann jeder. Ja, das kann jeder, aber ich mein mal nur so nebenbei. Ich glaube, wenn wir hier die Wände verstecken. Wir müssen hier die Wände an der Garage verstecken. Ja, ich habe die falsche Wand genommen. Störsender wird aktiviert. Lade nach. Wann soll sie mal kommen, die Drecks denn? Ha, wir können sie schon sehen. Sie stehen draußen vor der Garage. Ja, wir können sie schütteln. Echt? Naja. Warte mal. Seilt er sich noch ab oder nicht? Sonst hätte ich ihn jetzt killen können. Da steht der Wichser. Bild ist oben. Hehehehehe. Packen wir die Tricks aus hier. Warte mal, draußen ist noch einer irgendwo. Das ist eine andere draußen. Draußen vor der Garage. Ja. Stairs ist Blackbeard. Ah, der ist tot. Blackbeard? Stairs ist Blackbeard? Warte mal. Warte mal, komm. Ich bin jetzt tot. Achso, ist auch tot, ja. Alle tot. Guck mal auf der linken Seite, Justin. Ich geh nochmal nach... nach... Oben bei... Justin, der da vorne hier, Justin. Kill. Nice. Sehr nice, Justin. Sehr nice. Hast du das gehört, Justin? Ja. Also, da sind meine ich. Dass ich das gesagt habe. Sehr nice, sehr nice. Endlich mal jemand der Sound. Alter, das läuft bei uns. Ja, jetzt wo er die Operator hat, ne? Ja, jetzt. Haut er raus. Jetzt regeln wir hier richtig, Junge. So. Oh, so, 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 so. Oh, Mr. Jason kommt mit der nächsten Frau. Mit der Hibana. Hibana. Weißt du, was sie kann? Keine Ahnung. Die kann, äh... Die hat einen Launcher. Genau. Mit der sie Sprengladungen an Wände machen kann. Genau. Die können auch, äh, diese... Gehärteten Wände kaputt machen. Aber nur teilweise. Nicht komplett. Wirst du gleich sehen. Wirst du gleich sehen, wenn du das ausprobierst. Ist aber nicht schlecht. Sind die schon wieder im Keller? Oh. Warum tun die das? Weil die dumm sind? Ja. Ah, nein. Ein Jammer. Wir sind in der Garage. Oh, grad wo ich ihn markieren wollte, hat er einen Jammer hingestellt. Der Drecksack. noch zehn Sekunden. Alter, deine, deine Drohne ist aber perfekt da, ne? Wir haben auch noch eine Drohne im Fitnessraum. Okay. Ist schon mal geil. Oh, Line spielt, äh, Rainbow Six wird mir angezeigt. Echt? Cool. Musst du nur gar nicht. Ja, echt. Selbst wenn du machst und sowas? Haben die jetzt so gemacht? Na klar. Zum Beispiel hier könntest du zum Beispiel aufmachen. Da. Echt? Kannst du aber schießen? Aber wir, wir haben, wir haben Dings, wir haben, brauchst du nicht. Wir haben einen, der das macht. Das Ding ist auf. Das Ding ist auf. Das Ding ist auf. Wow. Da ist kein Fenster drin. Da ist kein Fenster drin. Oh, shit. Ich wollte von hinten, die haben noch einen, der oben ist. Der Rook läuft oben rum. Er ist ein Stock. Und kontrolliert alle Ein- und Ausgänge. Du meinst da, Fenster? Warte. Bist du denn? Über mir. Äh, ne, ne. Ja, ich seh' dich jetzt erst. Da oben. Ne, der, ich bin hinten rumgegangen. Andersrum. Einer ist bei der Bombe. Bei welcher? Bei welcher? Bei der Bombe. Bei welcher Bombe? Äh, denn der vom Laundry Room. Bei B wahrscheinlich. Alter. Du hast den Typen gekillt, der mich gekillt hat. Der Rook ist down. Das Ding ist, die können mich nicht abschießen. Doch. Ne, ne, hier nicht. Neben dem Schild. Ach so, ja. Du hast ja selber ein Schild, ne? Ist natürlich perfekt. Also, die können schon, aber... Ja, das Schild... Dann müssten sie entweder sehr lucky sein. Der Fuse von uns, der ist ein bisschen crazy unterwegs. Der hat oben aufgemacht, ja. Okay, dann ist da auch noch einer. Sehr nice, sehr nice. Was ein Vollrohrs, ey. Wenn ich so dumm wär. Echt? Der... Der tappt jetzt bei A. Unser Kollege. Wir sind aber noch zwei. Ja. Alter, was soll das? Der Preis. Sehr nice. Der hat sich... Der hat sich machen lassen mit Gas und... und Schrotflinte. Gib ihm! Ja, was soll ich machen, wenn er da alleine ist? Und es ist mit dem nicht in den Fusern plötzlich. Ja. Schade, dass du nicht durch die Wand gekommen bist, ey. Ja, ich... Ich schieße ihn inzelt durch die Wand. Das Problem war eigentlich... Was soll das denn? Ich spiele der alleine und macht den den Fusern. Ja, ich... Aber er hat sich gut durchgeschlichen. Das stimmt allerdings. Aber so wie er es gemacht hat, war es schon ganz geil. Na... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ach, war das ja mortgage- dzisiaj? Weißt du nicht? Was unglaublich ist? Weiß ich nichtであり erzählten... Weißt du was wir noch nicht gesehen haben? Dinge, die passieren, oder nicht passieren. Sajaja... Von einer anderen Zeit? Ein Jeifier... Jo, ein Jeifier ist nicht schlecht, du. Ein Deutscher. Ein Deutscher Jäger. Ich hab ein Ring in meine Eier. Das wusste ich. Wow. Wow. Was denn? Alter. Was macht die Kavera? Die Kavera schießt einfach mein Jäger-Zeugs ab. Ich bin ganz alleine hier. Die schießt sie ab, weil sie eine Drohne abschießen wollen. Ja, nice man. So, Crow incoming. Wollen wir sagen. Ich hab einen Gegner entdeckt. Wo sind sie gespawnt? Ich markier gerade. Ah, Ufer. Okay. Na, ich bin tot. Was? Wie konntest du jetzt schon sterben? Weil ich gefailt hab. Ich hab etwas übersehen. Ah ne, hab ich doch nicht. Ich hab doch nicht gefailt. Ich konnte ihn gar nicht sehen. Pass auf. Oh, oh. Die Fuse sind bei mir rein. Ich muss weg. Dann guck ich mal Jostins. Wow. Hinter dir, Jostin? An der Tür. Hinter mir? An der Tür, ja, ja. Hier. Oh, oh, ne. Oben, 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 oben. Wenn du hoch gehst direkt, rechts direkt. Ist eine Tür. Ich sag dir, wenn die reinkommen. Ich sag dir, wenn die reinkommen. Geh nicht die Treppe hoch, weil da ist jemand am Fenster. Ja, das höre ich. Genau. Ich bin jetzt bei B. Nicht zu viel bewegen, Jostin. Dann hörst du mehr. Er ist drinnen. Es ist ein Schild. Man fang hier. Jetzt bin ich richtig durch dir. Wow, er macht ein Teamkill. Perfekt, Alter. Hä? Er ist gar nicht tot. Hä? Wo hat denn das Ding hingelegt? Pass auf. Wo liegt denn das Ding? Äh, ich schätze bei B. Ja, ja, da bin ich ja, aber... Bei A. Unten. Ach so, ja. Bei B kann... Das bleibt ja nicht übrig. Bei B kann's ja nicht sein. Du kannst dich auch nach rechts legen, Jostin. Boah, ich bin reingesprungen bei A, weil oben kam auch gerade einer. Boah, ich bin so gefickt. Linke Seite, Jostin, da drinnen. Da. Vor dir, vor dir, vor dir, vor dir. Ja, du musst dich beeilen. Beeil dich, beweg dich. Wow, er geht einfach rocken weiter. Das Ding muss kaputt raus. Nein, F, F, F. Reicht nicht. Du musst dich beeilen. Du sollst dich nicht hacken. Hast du gerade gehört? Bombe entschärft, hat er noch gesagt. Echt? Ich hab doch kein Problem mit. Ah, jetzt ficken wir die weg. Ich sag's dir. Verteidigen ist halt doof. Ich hätte jetzt lieber angegriffen. Die Bomben schützen. Zeig selber drücken. Jetzt können wir kommen. Äh, Echo? Was hat der auf seiner mittleren Maustaste? Eine Drohne. Die Gegner haben eine Bombe. Oh. 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 Eine Drohne, mit der du als Verteidiger, ähm, wenn du Space drückst, dann fliegst du hoch damit. An die Decke. Und das hängt dann, das Ding hängt dann immer an der Decke. Äh, es sei denn, du springst halt wieder runter. Und, ähm, damit kannst du mit Linksklick so ne Schockwelle aussenden, die Gegner echt schwer, ja, wie sagt man, ähm, mitnimmt. Wir haben eine Bombe lokalisiert. Weiß schon wie ich das meine. Also so, wie sagt man, wie sagt man denn? Alter, die, die, die erste Dings haben sie schon kaputt gemacht. Die erste Kamera. Machst halt so ne Schockwelle, dann können die so gut wie nix machen. Ich bin bei B. Ja, das ist ne Kamera über dir, Joss, äh, äh, Karl. Hm? Die Kamera. Ach, da, ja, ja. Irgendwo. Du kannst halt nur schießen in deinen Schockwellen, wenn du an der Decke bist. Äh, Joss, ich glaub, links von dir. Links? Ja, ja, ich glaub, da wollte jemand rein, hinter der Wand da. Bin mir aber nicht sicher. Soll, wo? Achtung, ich komm mal zu euch runter. Das hier mach ich per Drohne. Ich hol mir mal noch ne Weste. Ah, 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 ich weiß wo. Ich mach hier. Die schweißen sich durch hier. Warum? Der hat sich bei A durchgeschweißt. Fusen jetzt rein. Ich lieg auf dem Boden, der Fuse hat mich getroffen. Ja. Obwohl ich hinter ner Wand lieg. Ich bin tot. Der Termite ist reingekommen. Hat mich noch gefinisht. Ah, dass die Fuse-Laltung mich noch getroffen hat, das hat mich gewundert. Alter. 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 Ja, schade schade Schokolade. Also die Fuse-Laltung hätt mich gar nicht treffen können meiner Meinung nach. Der einzige der oben war. Ja, ich war vorhin oben. Ich bin runter gesprungen. Nee, ich meinte nicht mich, ich meinte den Gegner. Ja. Der Rest war alles unten. Ja, knappes Ding ne. Ja, ja, letzte Runde war echt Bullshit. Ja, wirst du machen. Gibt ja Leute die sind immer besser. ich glaube nicht mal, dass die besser waren ich glaube, Ernest lag einfach so keine Ahnung, woran es lag aber nicht, dass die besser waren ich habe die auch weggeballert, wie so ja, wir wissen alle, ich bin scheiße ja, wieso? ja, wieso du?